Wenn die Sache nicht so ernst wäre, wäre ich nicht hier bei Ihnen. Miss Merlin hat mich angefleht, zu Ihnen zu gehen. Bitte, Farmer, Farmer, bitte, überlegen Sie es. Na gut, ich komme, okay. Ich seh mir die Sache mal an. Wenn ich's mache, kostet es 3000 die Woche. Sie müssen aber schon sehr gut sein für drei Riesen die Woche. Überzeugen Sie sich. Oh, Scheiße. Was ging doch sonst so gut? Hey! Entschuldigung. Stellen Sie sich lieber woanders hin. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh. Ja, Frank Farmer für Miss Maron. Was? Alexander Graham Bell für Miss Maron. Haben Sie einen Termin? Ja, im Periodensystem steht Zink anstelle 30. Gut, gut, gut. 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 Wir müssen ja wohl nicht darum betteln, dass er hier bei uns arbeitet. Das bestimme ich. Farmer, warten Sie doch einen Moment. Ich hätte ihnen mehr erzählen sollen, aber ich habe befürchtet, sie würde nicht zustimmen. Ich dachte, sie beide kommen klar miteinander, sie würden sich verstehen. Haben wir ja. Sie ist kein übler Mensch und ob sie es nun weiß oder nicht, sie braucht sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017